Freunde, wenn Sie dieses Video sehen, liegt es daran, dass Sie, wie viele andere, nach Informationen über Cardioballons suchen, insbesondere nach dem von der renommierten Stiftung Warentest durchgeführten Test. Hier auf dem Lebenskraftüberwindung-Kanal verstehen wir die Bedeutung informierter Entscheidungen für Gesundheit und Wohlbefinden. Deshalb haben wir diese entscheidenden Informationen für Sie recherchiert. Die Suche nach der Bewertung von Cardioballons bei Stiftung Warentest hat eine Lücke an spezifischen Informationen offenbart. Diese Lücke führte jedoch zu einer wertvollen Entdeckung. Cardioballons wurde von Geberich getestet und validiert, einem unabhängigen Testunternehmen, das Sicherheit und Wirksamkeit bei Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln ernst nimmt. Geberich ist nicht nur ein Testunternehmen, es ist eine Autorität auf diesem Gebiet, die sich dazu verpflichtet hat, Produkte von höchster Qualität auf den Markt zu bringen. Ihr sorgfältiger Prozess der Analyse von Inhaltsstoffen, Aufnahme und Ausscheidung sowie die Berücksichtigung möglicher Nebenwirkungen stellen sicher, dass die Produkte höchsten Standards entsprechen. Lassen Sie uns nun über die Vorteile von Cardioballons sprechen, diesem sorgfältig formulierten Nahrungsergänzungsmittel. Mit Inhaltsstoffen wie Cranberry-Extrakt, Aronia-Extrakt, Weißdorn-Extrakt und Magnesium ist es für Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, Hypertonie und Arteriosklerose empfohlen. Cardioballons geht darüber hinaus und hilft dabei, die erhöhte Herzfrequenz zu reduzieren, was für Menschen mit Herzproblemen entscheidend ist. Darüber hinaus ist es für wetterempfindliche Menschen geeignet und bietet eine umfassende Pflege, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wenn Sie dieses Video sehen, haben Sie wahrscheinlich Interesse daran, Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit effektiv zu pflegen. Wenn Sie nach Produkten suchen, die von einem seriösen Unternehmen wie Geberich getestet und validiert wurden, könnte Cardioballons die Antwort sein. Für diejenigen, die Informationen zur Stiftung Warentest suchen, verstehen wir, dass dies für viele Verbraucher eine vertrauenswürdige Quelle ist. Mit der Valisierung von Geberich können wir jedoch bestätigen, dass Cardioballons strenge Standards erfüllt. Bevor ich abschließe, lade ich Sie ein. Wenn Sie Cardioballons verwenden oder noch Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. Ich stehe zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und zusätzliche Informationen zu teilen. Um alle Ihre Fragen persönlich zu klären, Ihre Bestellung aufzunehmen und sicherzustellen, dass Sie die bestmöglichen Informationen erhalten, hinterlassen Sie bitte Ihre Kontaktdaten im Kommentarbereich. Ein Vertreter des Produkts wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und für alle, die Cardioballons erwerben möchten, finden Sie den Link zur offiziellen Website in der Beschreibung dieses Videos und im ersten fixierten Kommentar. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich um Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit mit einem Produkt zu kümmern, das die höchsten Teststandards erfüllt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, vergessen Sie nicht, es zu mögen, mit Freunden zu teilen und sich für weitere Inhalte zu Gesundheit und Wohlbefinden auf dem Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.